Hey meine Hübschen, heute machen wir wunderbare Nutella-Kekse. Hey meine Hübschen, heute mache ich leckere Nutella-Kekse. Und zwar habe ich, also ich habe alles fertig gedrängt. Ich habe so ziemlich, ich habe einige Nutella-Rezepte ausprobiert. Ich habe die alle für euch abgefüllt. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt, dann würde ich das irgendwie, ich weiß nicht, jeden Mittwoch dann einfach hochladen für euch. Und freitags dann ein ganz normales Video beispielsweise machen. Jedenfalls, ich habe alles abgedreht, es ist alles fertig. Ich wollte die einfach mal ausprobieren und dachte mir, na gut, ich drehe das mal vorsichtshalber, falls ihr es sehen wollt. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das alles sehen möchtet. Und jetzt geht's los mit dem Video zu den Nutella-Keksen. Und jetzt geht's los mit dem Video zu den Nutella-Keksen. Und jetzt geht's los mit dem Video zu den Nutella-Keksen. And I do hope your wish comes true But I'll never be your missus I'll never say I do But I'll never win Sneaking out the back, doing me stick to the radio All my dreams will feel happy Also wie ihr gesehen habt, ein super einfaches Rezept Genauso wie andere Rezepte, die sind alle sehr, sehr, sehr einfach Und ja, ich wollte es wie gesagt einfach mal ausprobieren Diesen Hype, wirklich ein ganz Nutella-Zeug Und deswegen habe ich es jetzt getan Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das alles sehen wollt Ich habe alles abgefilmt, es ist alles fertig, ich muss es nur noch schneiden Und dann würde ich es, ja beispielsweise wirklich jeden Mittwoch oder Montag Je nachdem wie viele Videos ich dann letztendlich habe, online stellen Dann wären es definitiv auf jeden Fall schon mal zwei Videos die Woche Für die nächsten Acht Wochen Für die nächsten zwei Monate Aber es wäre halt alles Nutella-Zeug, ne? Hm, aber es ist super lecker Nun gut, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag Und ja, fühlt euch gedrückt, fühlt euch geknodelt Bis dann! Muah! Untertitelung des ZDF, 2020